ja hier dann wieder bei dem kong ich bin laut spielt leise ich habe lange hosen aber in dem spiel weil ich bin ja kein hawai mensch der urlaub hat ich kenne so ein youtuber der große kurs ist kurs am spiel herausgehen es ist ja schon dunkel ich glaube ein hones tot dicken braten muss man wagen ja instant ich muss geld verdienen ist doch alles das fand das war nur ein test das war doch nur ein täglich spiel habe überhaupt sich hatte oben ich bin ja auch ich glaube das ist ein bisschen beüften gibt autos tankstelle laden aus der land hat schon zu haben wir schlafen ich mein gebrates hündchen heute abend gibt schicken schicken und ich gehe an zelt bin habe kein bock das reinzugehen es ist doch so geschläft ja warum das ist speichern das habe ich gehabt tag ist wieder tag 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 so starten mein porsche war ein jaguar kann sich ja jeder kaufen ein jaguar kann sich jeder leisten deswegen frage ich hier mein haja das ist tolle musik muke okay wenn ich so laut laut gut okay das spiel zu leise weiß ich nicht ja was auch nach vorne gucken hier essen man kann platzieren mama mama tue guck mal hier ein hündchen es gibt ein hündchen verkaufen die ulle kauft bestimmt alles alles wird gekauft kann bestimmt auch kann man nicht verkaufen das ist das ist doch doch krasser luftmatratte kaufen wir alles weg doch mehr kaufen im wahrenkorb legen im wahrenkorb legen im wahrenkorb legen es gibt so tolle sachen an der milchkerne stahleimer wassertank da kommt ihr halt mit rolle nicht haben willst ich nehme alles ich habe gekauft die hühner wo sind meine hühner ich habe hühner gekauft ach so wahrenkorb geben mann 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 hat der hei klappe hohen und wenn du sterbst wirst du hühnchen gemacht der verkaufe die wieder verkürft so ab nach hause so jungen oh hey mein hühnchen sogar gefallen was war die kacke da fällt mein hühnchen einfach runter könnte ja mal ein bisschen dünner machen mann ich bin da hohen baumexpress hier ein hühnchen bambi bambi ich habe er schossen ja ich bin ein rei haha mein rei und geil ich habe rei lalalala lalalala lala rei ich habe ein rei geschossen ich habe ein rei geschossen mach mal platz da ihr hühnchen ich habe ein rei geschossen hinzufahren nein ich laufe hier äh da ich habe ein rei geschossen 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 kann man sehen wollen ich fahre jetzt sind alter mann wo in das andere fleisch da äh kommst du mal unten raus so ich muss kurz zurückfahren ich habe wichtige lieferung ich habe ein regelschoss zentraler ladere geschossen jetzt bin ich reich millionen wenn ich für die millionen mit holz verdienen auch keine millionen da braucht man ganz so ganz viel holz ich habe regel ballert ja ich war nur rege wie klingt das falsch aber einfach spaß vorsichtig eingriff ja ja verkaufen war schiff stinkreich bin ich stinkreich oder für ein blödes re noch mehr ich brauche noch mehr rehe hallo rehe brauche ich kann eine familie kommen ich alle nicht mehr strecken kann alle ballern das wäre mega geil ja das wäre aber da da ist meine wentsch da ist mein hühner stall immer rein da die hühner da rein du bist da drin alle rein da wir sind auch hier draußen rum können hier drin bleiben so ja ach ja muss ich einen größeren höher sparen sparen wir haben ja genug knede ja wieder auch wenn du so geizig sind drin bleiben ein fernwissig alle drei sind da drin ist ja bombastik abheißen wir jetzt nicht ja ich glaube ich habe kein essen denn weil ich muss ja sagen das ist mühsam ja echt mühsam zum laden in und her fahren da brauchen wir so ein schnellkauf funktion weil das wäre richtig geil war immer zum laden fahren und wieder zurück fahren und das ist doch echt echt doof wer macht denn so was wir lassen die holz liegen das schöne gute holz ich um ein holz jetzt habe ich hier zu meinen jetzt muss ich kaufen futter futter hühner futter sagt weizen habe ich gekauft sagt weizen das ist mom so das ist das ist die 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 Schild Schild neu Sprit habe ich auch noch genug Sprit habe ich auch noch genug Aber es wäre ja langweilig alles richtig zu machen Richtig machen können alle Da habt ihr Essen, Trinken Alles was ihr braucht Alles was ihr kriegt Jetzt müssen wir drehen, das hätten wir mal ganz ehrlich auch weglassen können Die Sonne ist weg Die Sonne ist weg Die Sonne ist weg Die Sonne ist weg Ach ja, das reicht Ja, das reicht Aber wie kann man denn hier Geld finden? Ein bisschen mit einer Eier und so ist ja kacke Okay, das ist doch hier Oh, ich bin hier Oh, ich bin hier Hä? Hä? Jetzt schlafe ich nur wieder schlafen Zeit Ich bin hier Untertitelung. BR 2018 Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich hab so einen großen. Wozu hab ich den Korb? Wozu hab ich den Korb? Verste ich auch nicht. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja. Ich muss hier mal was machen. Wie mein Handy stödet ist gar nicht so einfach. Haha, guck mal. Ich habe frisch Wasser. So. Und ich muss jetzt? Ja, ihr wisst ja. Eier verkaufen. Geert, Eier. Ich habe drei Eier. Und dafür will ich verdammt viel Geld haben. Ja. Ja. Mein Porsche Porsche richtig ab hier. Ich habe abgeporscht. Porschi, Porschi, Porschi. Hast du eine Morschi? Porschi, Porschi, Porschi. So. Und. So. Und es regnet. So, ein Ei. Weh, du magst ja feiern. Dann gehst du bei Ärger. Ach, du ist noch 10 Uhr erst. Aber heute verkaufen wir die Schwachsinn. Ein Dollar. Das ist doch. Ich muss noch viel besser gehen. Ja, die Frau. 18. Guck mal, wie geiler. 18. 6 Dollar pro Ei. Ja, meine Eier sind vergoldet. Ich habe goldene Eier. Ja, ich habe goldene Eier. Meine Güte. Richtig goldig. Wuhu. Yeah. Ich brauche mehr Hühne. 5000 am besten. Imag für 5.000 Eier? Das Mal 6. Ich werde Reich. Reich. Toll wieder auch so Reh. Eilig. Big food. Big cool ist toll. irgendwie ich weiß gar nicht bauen getreidespeicher gewinnung wassergewinnung dann kann mir alles gar nicht leisen Futtertruck ich habe einen Futtertruck gebaut ich habe eine Tür gebaut ja pleite war ja klar aber hier muss man auch schnell zu geld kommen irgendwie oder ja schnell geld haben schnell ich bin ja auch nicht Autohaus, Laden, Tankteil, Autohaus, kenne ich den Baumarkt, kenne ich auch schon ja irgendwie da wird mir alles viel zu lange mit den Kanten gedöhnt hier Können wir nicht sterben? Ist das nicht machbar? Oder schnell Eier legen? Mehr Eier legen? Tja, wollte ich gar nicht Wurde das da? Ah Sieh ich alle so anstrengend hier anstrengend ich arbeiten muss Gas des des Ende 2 Ende Schuhes Ende 1 2 1 2 2 2 4 5 5 6 5 5 5 7 1 2 8 7 9 9 9 10 10 10 11 10 10 13 15 14 15 16 20 ich habe die verkaufen wo umdrehen ja 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 naja ich mache mir schlau machen aber bis denn euer kongi schön dass sie da war freut mich sehr bei auf wiedersehen macht das besser als ich abonnieren liken und das kommentieren und nicht vergessen